Marianne Michael Hartl verabschieden sich nach 50 Jahren von der Bühne und Zusatzkonzerten in Bayern. Wir wollen unsere goldenen Jahre wirklich genießen. Das ist schon der Wahnsinn, fasst es Marianne Hartl, 71, zusammen, und meint damit ihre ganz besondere Beziehung zu ihrem Mann Michael, wird am 18. März 75. Vor 50 Jahren trafen sich die Giesingerin und der junge Mann aus der Steiermark am Platzl, und gingen fortan gemeinsam durchs L. I. Eben. Beruflich und privat. Marianne Michael. 2024 ist unser Abschlussjahr. Seit 50 Jahren gibt es nun also das so beliebte wie auch erfolgreiche Volksmusik-Duo, Rundsama, Xundsama, Lieder, die von Herzen kommen. Für die Hartls ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um sich von der Bühne zu verabschieden. 2024 ist unser Abschlussjahr, nennt es Marianne. Wir wollen unsere goldenen Jahre wirklich genießen, solange wir noch fit sind. Seit Mitte Februar sind sie und ihr Mann auf großer Abschiedstour durch Deutschland. Da der Veranstalter aus dem Osten kommt, finden die Konzerte, mit vielen Gastauftritten und hinter den Kulissen Anekdoten inklusive, überwiegend auch im Osten statt. Es finden Zusatzkonzerte in Bayern statt. Jetzt die gute Nachricht. Eigentlich sollte Ende April der letzte Auftritt von den Hartls sein. Doch aufgrund der hohen Nachfrage gibt es Abschiedszusatztermine in Bayern. Marianne Hartl dazu. Unsere Fans feiern uns unheimlich, was uns Freude, Gänsehaut und Dankbarkeit beschert. Doch viele waren auch richtig sauer und haben sich beschwert. Warum wir nicht nach Bayern kommen? Das wird jetzt im November der Fall sein. Und das freut uns natürlich sehr. Egal, was passiert, der Juli gehört uns. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. Bis dahin genießen Marianne Michael ihre ersten 20 Abschiedskonzerte und freuen sich auf den Juli. Den Monat haben sie sich freigenommen. Egal, was passiert, der Juli ist für uns, so Marianne. Wir werden mit unserem Motorboot von Nord nach Südkroatien fahren. Was für ein Abenteuer!